Spreagle, Viserion, where are you? Where are my dragons? Oh, ich seh da hinten ein Licht, ein Drache erleuchtet, komm zu mir, mein Drache! Komm zu deiner Mutter, der Drachen! Oh, ich habe ihn wieder! Was für ein Glück, ich habe meinen Drachen wieder! Wussten Sie schon, dass wir alle in unserem Körper Drachen haben? Wir haben, genauer gesagt, in unseren Zellen und zwar sind sie die Energielieferanten für uns. Sie hören allerdings nicht auf einen hochvalyrischen Namen, sondern auf einen altgriechischen und der ist Mitochondrium. Und in diesen Drachen, die sind es natürlich nicht alleine, die die Energie machen, gibt es fleißige Bienchen. Und diese Bienchen machen eigentlich die ganze Arbeit und werden Proteine genannt. Und die sind es auch, die die Drachen so schön zum Leuchten bringen und uns mit Energie versorgen. Jetzt gibt es aber Substanzen, wie diese Haarspange hier, das sind zum Beispiel Pestizide, also Schädlingsbekämpfungsmittel oder auch Wirkstoffe, also das, was im Medikament ist, was dann wirklich die Wirkung macht, die diese Biene an ihrer Arbeit hindern. Und dann kann natürlich der Drache kein Feuer mehr spucken. Und das ist auch schlecht für unsere Zellen, weil die haben dann keine Energie mehr und die können dann auch absterben. Und wenn das mit vielen Zellen passiert, dann kann das sein, dass das auch zu Krankheiten führt, wie zum Beispiel zu Parkinson oder Alzheimer. Und wir wollen natürlich nicht, dass Medikamente sowas machen, weil wir wollen gesunde Drachen haben. Und wie man das macht, damit beschäftige ich mich in meiner Forschung. Und zwar nicht im Labor und leider auch nicht auf dem Rücken eines Drachen, sondern ich mache das Ganze am Computer. Also hier sehen Sie meinen Computerbildschirm und auf diesem kann ich mir dann die Biene, also das Protein, anschauen. Das macht sehr viel Spaß, das kann man auch drehen und wenden in alle Richtungen. Und dann kann ich dem Computer sagen, ja, passt mir doch diese Substanz, die gefährlich ist, berechne mir das, wie passt die da zusammen. Und der rechnet dann und dann sagt er mir, ja, das schaut so aus. Und anhand dessen sehe ich dann, ja, was ist wichtig, dass die Haarspange mit der Biene interagiert. In dem Fall sind es die Zacken und dass man sie auf und zu machen kann. Und genau, daraus baue ich dann einen Filter. Jetzt kommen wir wieder zu den Medikamenten. Aus diesen Eigenschaften baue ich einen Filter und der kann dann verwendet werden, wenn neue Medikamente auf den Markt gebracht werden. Also wenn es dann neue Medikamente gibt, dass die diese Eigenschaften eben nicht haben. Und genau, dass unsere Proteine frei und glücklich sind, die Bienen. Und dass unsere Drachen voll Energie Feuer steigen. Dankeschön. Applaus Musik 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 Musik